Hallo und herzlich willkommen zum Modul 2, zur Frage des Umgangs mit Rollenkonflikten, denn oft seid ihr wahrscheinlich ja keine externe Moderation, wenn ihr in Gruppen geht. Ich hoffe, ihr habt irgendwo vor euch den Zettel, sonst holt ihn wieder raus, den Zettel, wo draufsteht, was für euch gute Moderation schon mal ausgemacht hat, welches Bild, welches Gefühl ihr damit verbindet. Nehmt euch das in den Hinterkopf und dann lasst uns mal schauen, was wir in Modul 2 miteinander so machen können. Ich habe euch ein bisschen was erzählt zur Moderation und zur Rolle und Haltung und bei all dem kommt so ein bisschen raus, man soll so wie eine Katze sein und wie eine Hebamme und wie irgendwie ein, es ist außerdem auch noch ein Job, also irgendwie hat man irgendwie eine Visitenkarte dafür. Es scheint irgendwie so ein bisschen wie so ein Fabelwesen zu sein, vielleicht so ein Drache oder so, ich weiß es nicht. In dem Fall vielleicht ein Drache mit Blumen bei euch. So unrealistisch dieser Drache ist, in der Regel kommt noch dazu, dass ihr oft in der Realität keine externe Moderation habt, sondern dass ihr moderiert als Teil der Gruppe und damit sozusagen automatisch ein Rollenkonflikt einhergeht. Was hilft da? Klarheit hilft. Ich glaube, dass es total hilft, wenn ihr euch eurer Rollenkonflikte bewusst seid. Wenn ihr sozusagen wisst, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, einerseits nur für den Prozess verantwortlich zu sein, aber Teil der Gruppe zu sein und das Kind doch mit großziehen zu müssen. Und macht das auch für dich und für deine Gruppe transparent. Also sag deutlich, ob du gerade als Moderation oder als Teilnehmerin sprichst. Setz dich selber mit auf die Redeliste. Missbrauche deine Moderationsrolle, bei der du ja jederzeit reden kannst in der Regel, nicht um sozusagen Teilnahmebeiträge zu bringen. Manche Menschen hängen sich auch Schilder um oder halten Schilder hoch, wenn sie bei was sind. Oder wenn du bestimmte Methoden anwendest, dann macht das eben auch deutlich, ob du dann auch als Teilnehmerin mitmachst oder ob du, wenn du in einer kleinen Gruppenarbeit bist, ob du als Moderation schaust, dass die Gruppe gut arbeitet. Design hilft und zwar unfassbar. Also es gibt einfach viele Moderationsmethoden und da werden wir in den nächsten Modulen drauf eingehen. Es gibt viele Moderationsmethoden, die machen es leicht, dass ich sie sozusagen anleite und mich dann einreihe. Ja, als Teilnehmerin. Dazu gehört sowas wie eine Runde, dazu gehören Kleingruppen, Schreibgespräche, dazu gehört, wenn ich mitpunkte oder Karten abfragen. Also oder Diskussionen auch, aber dann mit sehr klaren Spielregeln. Also beispielsweise, wenn man sagt, es gibt so einen Redestick oder einen Stift oder so, den gibt man immer reihum. Und immer nur die Person darf reden, die den Stift hat. Und wenn die Person nichts sagen will, gibt sie den Stift direkt weiter. Und ansonsten darf sie so lange reden, wie er oder sie möchte. Dann muss ich nicht mehr Menschen dran nehmen oder Diskussionen irgendwie strukturieren oder so, sondern kann ich mich eben mit einreihen in diese Runde und bin dann als Teilnehmerin dran, wie auch alle anderen. Also solche Designs, solche Gestaltungen von Methoden helfen enorm, um mit diesen Rollenkonflikten umzugehen. Und dennoch gibt es die Konfliktfälle. Die Konfliktfälle, wo ihr euch unsicher fühlt. Und sehe ich das jetzt gerade, wenn ich es zusammenfasse, nur so, weil das auch meine Meinung ist? Oder ist es wirklich die Meinung, die sich gerade gemeinschaftlich in der Gruppe herausbildet? Und da ist es ganz wichtig, ihr könnt ja Rücksprache nehmen. Die Gruppe ist ja da. Das ist ja eure Gruppe. Also nehmt Rücksprache, sagt, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, ob ihr das gerade sozusagen mit Vorurteilen oder mit einem zu eingefassten Mindset seht. In der Regel sind Gruppen sehr gut zu korrigieren, zu ergänzen, zu helfen, euch auch in eurer Rolle zu helfen, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Und wenn ihr sehr involviert seid, dann gebt die Moderation mindestens an diesem Punkt ab. Also schaut einfach, dass ihr möglichst dann moderiert, wenn solche Rollenkonflikte nicht so furchtbar stark für euch sind. Denn es ist auch sehr, sehr anstrengend, gleichzeitig zu moderieren und stark involviert zu sein. Diese Doppelrolle, die ihr dann permanent einnehmt, wenn ihr das mal in der Realität ausprobiert, werdet ihr feststellen, das ist einfach doppelt so anstrengend, weil ihr einfach zwei Jobs macht, nämlich den des Gebärenden und den der Hebamme. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, das ist eine sehr, sehr schwierige Kombination. Also schaut, dass ihr das in Phasen macht, wo ihr nicht so stark selber involviert seid. Gebt es vielleicht auch kurze Phasen ab und guckt da gut nach euch selbst und nach eurer Gruppe. Ich würde euch gerne einladen, mit der Aufgabe nochmal, das letzte Mal ist es glaube ich, in eine kurze Reflexion zu gehen und zu überlegen, was hilft euch denn, um mit diesem Rollenkonflikt klarzukommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, mir hilft es enorm, wenn ich stehe als Moderation und sitze als Teilnehmerin, wenn das ein analoges Meeting ist und mir hilft sehr so ein Flipchart-Marker in der Hand, dann weiß ich sozusagen, ah, jetzt moderiere ich. Also ich stehe am Flipchart und moderiere und das hilft mir sehr, um mir dessen bewusst zu sein, ha, mein Job ist gerade die Moderation. Oder manchmal hilft es auch, sich vorher gut vorzubereiten und einen kurzen Moment zu haben. Vielleicht ist es bei euch noch was ganz anderes. Also überlegt einen kurzen Moment für euch selbst, macht euch gerne ein paar Notizen, ladet euch die Aufgabe dazu vielleicht auch nochmal runter, schaut, was hilft euch, um mit diesen Rollenkonflikten klarzukommen und was davon könnt ihr in der nächsten Moderation vielleicht auch nochmal neu ausprobieren, was ihr bisher noch nicht so gemacht habt. Wir sehen uns gleich nach eurer Aufgabe beim nächsten Modul und ich freue mich sehr, dass wir dann endlich den Methodenkoffer öffnen werden und uns genauer gemeinsam anschauen, wie sieht Moderation eigentlich konkret aus und welche Phasen gibt es da und genau, wonach entscheide ich eigentlich, was ich jetzt mache? Also bis gleich!